Mein Name ist Fabian Mabuch, ich bin 38 Jahre alt und anidiere in Anrepen für den Stadtrat. Mit meiner Freundin Tanja haben wir uns im letzten Jahr den Traum des Eigenheimers verwirklicht. Der dazugehörige Garten soll uns dann als Entspannung zum beruflichen Alltag verdienen. Nach meinem abgeschlossenen berufsbegleitenden Studium zum Diplomierten Bank Betriebswirt bin ich seit elf Jahren bei der Volksbank Delbrock-Würbelhof als Firmenberater tätig. In meiner Jugend habe ich beim Sportverein Grünwas Anrepen und Fußballspielen gelernt und bin dort noch in der Alp-Herren-Mannschaft aktiv und spiele dort in Troyes. Neben der Verbundenheit zum Sportverein bin ich auch noch in diversen anderen Anrepenvereinen aktiv im Vorstand tätig. Ich setze mich ein für die Interessen der gesamten Dorfgemeinschaft Anrepen und darüber hinaus für das Stadtgebiet Delbrock. Dafür bitte ich um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme bei der Kommunalwahl 2020.